Hi ihr Lieben, grüß euch! Willkommen zu meinem nächsten Double Feature Video. Heute wieder mal am Start das Doppelbuch. Und der Dragon's Thrasher 2, auch ein schönes Spiel, was ich sehr gern mag, der gibt es zurzeit schlecht. Da haben wir ja einen Mega Gewinn gehabt. Ich hoffe ihr habt das Video gesehen. Triple Triple Chance, alle Törtchen rot gemacht, komplett das Feld ausgefüllt. Riesen Mega Gewinn auf 80 Cent. Und... Oh, bitte Statistik auslesen. Da wird ein Gerät von mir ausgelesen. So, jetzt machen wir erstmal das Video Leute. Viel Spaß, auf 1 Euro heute mal. Viel drin. Und ab geht's. Viel Spaß beim Gucken Leute. Ja, es ist auf 1 Euro schon drin. Lassen wir gleich mal selber wählen, oder? Den Dragon's Thrasher. Und was nimmt er? Ja, da haben wir Schatz, das ist okay. Hat man vielleicht mal einen Vierer oder einen Fünfer, wenn man Glück hat. Ab geht's. Ah, der sieht er auch immer, oder? Schön. Und hier? Ah, schade. Nice win. Einmal, ja. Ich kann weil der hier in der Tasche. Und hier? In gut 1, absoluten. Also? Ja. Und hier? Ja. Alles? Fünfer. Und hier? Je kann eso, was? 거죠? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich werde meine Action Total dann mal auslesen und danach noch ein Video nachschieben. Er mag nicht so gerne Doppelbruchgrad, dafür geiler Gewinn an Dragon's Treasure 2. Bis 100 runter, alles gut. Ich fahre mal eins nach, ich muss mein Gerät hier auslesen und dann ist gut. Action Total, sehr schönes Gerät von Bali. Wer meine Videos anschaut kennt es natürlich. Nur drei Spiele. Ah, schade. Ja Leute, macht es gut, lasst mir ein Abo like. Schreibt da bitte und ich hau noch ein paar Videos raus, das geht auf jeden Fall sofort online. Einmal die Freispiele anschauen, schade. Macht es gut Freunde. Schade. 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 Schade.